Ich muss gleich zur Arbeit und gehe vor noch so ein bisschen privat weg. Also wir machen einen Wii-Spielabend und ich wollte euch mal ganz fix mein Outfit zeigen. Es ist nicht wirklich spektakulär und der Fokus liegt eher auf meiner Frisur und meinen Haaren, weil ich ja nachher eh arbeiten gehe. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt es überhaupt erkennen, ich habe mein Make-up heute in blau-lila, meinen Ohrring angepasst. Das sind diese hier, die habe ich in meinem letzten Roll gezeigt. Dazu Nude-Lippen und eine Frisur, die so aussieht. Ich kann mich nachher noch ein paar Fotos einblenden. Ich filme das übrigens gerade mit der Handy-Kamera nicht wundern. Das ist unheimlich wackelt. Und jetzt kommt mein Outfit. Wie gesagt, das verletzt uns spektakulär. Ich trage ein Haltstuch, also ein kuscheliges Tuch mit Blümchenmuster. Das habe ich mal irgendwann für 3-4 Euro bei Woolworth gekauft. Dazu ein schwarzes Basic-Top. Man sollte natürlich dann immer einen gleichfarbigen BH runterziehen, aber man sieht den ja nachher dann eh nicht mehr. Dann eine schwarze Strecke, Strickjacke, die ungefähr so bis zur Hälfte geht. Und dazu eine EDC Jeans und schwarze Lackpimps mit einer ausgetrampelten Hose. Das ist total beabsichtigt. Das ist der Used Look. Ich hoffe, ihr habt das gefallen. Ich gehe jetzt zur Arbeit und vorher spielen und wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.